fort so und dann wir könnten die Abkürzung bis hier nehmen, ich glaub das mach ich auch und dann von dort aus nach Norden ziehen so, Norden ist in die Richtung Markt vom Miner's End, da ist ja ein schöner Markt hier Tja, nixloser Dengel Floss of God scheinbar ne Kneipe oder sowas komm ich da rein wahrscheinlich noch nicht, vielleicht kommt man dann nur rein wenn du um ein Stück einen Fall hast ne, da ist die Lagerhalle schwedischer Mörder ist der Hitzschlag ist das familiar ich bin noch gar nicht weit genug, ich muss noch weiter hey, onyx Lagerhalle dann wollen wir mal rein was ist denn hier los John hey, this is hive territory shoot him boys overcome him da miss the party no more crime for you until next month oh, was ist das so close oh, was ist das so close oh, was ist das so close time to knock the smash her don't give him the pepper snuff I'm gonna hurt you oh, I'm gonna hurt you I'm gonna hurt you yeah yeah I thought we were against murder Fuck! Denk schon wiederholt, dass du verraten kannst. Ich kann nicht die Party verlieren. I'm coming. Don't bother moving. You've lost. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. Unfortunately, the snuff is still bigger. I can't miss the party. No more crime for you until next month. What's going on? Protestants off there. What's going on? Just die. That was close. Don't bother moving. You've lost. I'll give them the pepper. Take a rest. My... The snuff's ready. Scheiße, leider habe ich dir einen Headshot gegeben. Neuer Eintrag ist uns schon das Tagebote immer spannend. Ich verstehe nicht, was mit Schörnach los ist. Wenn er zum tödlichen Schuss ansetzt, ist das etwas in seinen Augen, das mich ängstet. Grundbesitz von Yehuda-Samba. Oh, in der Schlüssel zum Büro von Hyonics Lagerhalle. Aber es tut mir doch so leid, John. Das war doch so nicht geplant. Der hat halt seinen Kopf da reingeguckt. Da wurde etwas verbrannt, wahrscheinlich, oder? Ich sehe jemanden verbrannt, ich sehe. Das ist nicht gut. Da haben wir noch ein Stück Zettel. Brief von Bee. Verbrennt Dokumente. Macht die Frachttransporter bereit. Ich kümmere euch inzwischen um den Bienenhof. Das wird der letzte Schiffstransport. Wer beschließt, mit an Bord zu gehen, ist willkommen. Wer beschließt, auf der Insel zu bleiben, ist voran auf sich gestellt. Bee. Notiz mit Schmutzflecken. Notiz mit Schmutzflecken. Ich kann dir keine Mäner geben, Carl. Wir sind genauso mit Packen beschäftigt wie ihr. Meiner Meinung nach macht der Boss einen großen Fehler. Jetzt, wo die Insel fest in unserer Hand ist, bricht er hier die Zelt ab. Das ergibt doch keinen Sinn. Und was soll das mit den Briefen? Er ist bisher nie direkt mit uns in Kontakt getreten. Es wäre törig, sich mit ihm anzulegen. Aber die Insel verlassen werde ich auch nicht. Hier gibt es noch viel zu holen. Bienenstock hin oder her. Warum ist hier so vegan? Aber halt richtig vegan. Ach, okay. Weil die Insel gar nicht die Waffen verstellen. Achso, habe ich eigentlich gerade drauf gedrückt? Was ein convenienter Weg, die Wolle über die Augen des Kustumshausen zu holen. Ich finde das echt cool. Wenn du mal das hier machst, dann machst du das raus. Dann hast du minus vier. Zwei und eins kannst du aus. Wie ging das denn hin? Wir haben rot und wir haben das hier. Das heißt, du kannst einmal... Das ist super easy. Weil man zwar steht, die Basics einfach folgt. Da haben wir die Blätter bereinigt. Wobei ich das auch ein bisschen cooler finde aus den anderen Holmes-Games, weil du da ein bisschen mehr das Interaktive drin hast, wo du dann die einzelnen Rezepturen nimmst und die dann auf das Papier und alles drauf packst. Äh, wo ist es denn? Warte mal. Im Lager fand ich ein Überreiß der Verwandtspapier. Es gelang mir, einige Textpassagen leserlich zu machen. Bienwachs nach Walen. 50 Kisten Wolle nach Dubai. Honigwaben nach Tarselo. Okay. Brief von Bi. Verbrennt die Dokumente. Macht die Frachttransporter bereit. Warte, ich kümmere mich... Okay. Anpinnen. Location und Menschen befragen, scheinbar. Notiz von Schmuck... Schmutzflecken. Ich kann dir keine Männer geben. Okay, das ist alles normal. Das wissen wir alles. Ich weiß jetzt immer nicht, was diese Symbole bedeuten, Anna. Das ist ein bisschen blöd. Ich kann dir nichts. zwischen B noch, das ist so ein Schiff, das ist blablabla, ist vordert auf sich selbst gestellt, B. Menschen müssen befragen, ich weiß nicht, was diese Dinger heißen. Das ist da keine... Doch, haben wir. Ortssuchen. Mit einem Schlüsselperson reden. Personen in der Nähe befragen, die sie weiß anheften. Das heißt, ich muss einfach mit Leuten fragen und das heißt, ich muss mich erstmal umziehen. What the heck? Let's do that. Let's do that. Never Schauen wir mal, ob wir draußen was finden. Dort aufsuchen. Welchen Ort? In dem Bienenhof. Scheiße, ich muss erst mal Leute befragen, ob die irgendwas wissen. Oh, hallo. Du willst nicht auf da hin. Hey, du bist ein glücklicher Mann. Ich weiß es nicht. Das ist ein glücklicher Mann. Komm ich hier drüber. Nice. Minus and Mars. Oh, hallo. A statue of a buckled cage inside a city full of criminals. Let's take a closer look, Sherry. Ich denke mal, ob ich den Slipper bin. A statue of a buckled cage inside a city full of criminals. Let's take a closer look, Sherry. Ein Vogel? Kein Vogel. Was ist das? Es war, um ein silberes Statue of a Miner's Canary. Sie wurden oft von Minern benutzt, um Feuerdampfen zu erkennen. Wundert mich nicht, dass er nicht mehr da ist. Das Latticewerk wurde ein langes Mal vorgelegt. Da ist was reingeschrieben. Für diejenigen, die ihre Leben in den silberen Minen gaben, für die Sicherheit und prosperität von Miner's End. 1830. Eine glöhmige Bildung. Aber ziemlich poetisch. Ein Symbol der Sicherheit und prosperität hat aus Miner's End und jetzt nur die cage ist, um die Familien zu erzählen, um ihre Vergangenheit zu erzählen. Die Canary wurde ein langes Mal vorgelegt. Es gibt keine Hoffnung, aber vielleicht jemanden wissen, zumindest etwas über ihn. Wir sollten uns fragen, die Leute um hier zu fragen. Guck mal, Araber. Ich kann uns direkt umziehen. Wir haben nicht ganz viele coole Araber-Kleimungen. Und das hier. Kann ich dir eine Frage stellen? Men like me, don't like to be bothered by strangers. Wahrscheinlich nicht. Ja gut. Aber ich kümmere mich erstmal um meinen Mutanfall und dann kümmere mich um den Honig. Nee, um den Kranich. So, wir suchen das Honigdienst da. Entschuldigung. Entschuldigung, nur eine Frage. Nein, Bruder. Das ist aus meiner Wahrheit. Ist das mit dir familiar? Bruder, du bist froh, dass ich etwas über das weiß. Das behalte ich erst mal, dass sie sich mir noch nicht durch, weil ich diesem Fall noch nicht nachgehen will. Ich hab's jetzt immer mitgenommen, weil ich schon direkt vor Ort hier bin. So. So. Ah, schätzen wir hier. Ist ein so ein Honigdienst da, ne? May I ask you something? You're not a smart person, are you? I don't care about your business. Ich muss also auch trotzdem irgendwo hier sein. Jetzt mal zieh ich mich wieder ordentlich an. Das nervt mich. Ich guck mal raus, dass das hier das richtig ist, oder? Ich? Oh, da oben. Ich guck mal raus. Geh'n Hof. Geh'n Hof. Sherry, denk nicht an den Schaden an irgendwelchen zu wenden. Oh. Gete'n Hof. Sherry, denk nicht an den Schaden an die sinisteren Sachen zu wenden. Oh. Hallo, Sir. Wurfmesser. Beobachten. Ein alter Mann. Schräg sitzender Hut. Verbürgt fehlendes Ohr. An sich sauberer Kleidung, oder? Wobei, ein bisschen Blut. Grob gerinnter Tabak. Nimmt Schnupftabak. Das erkenne ich gar nicht optisch. Wurde drauf gestochen. Und der Revolver. Hanfer, Revolver, Sechs Patronen, Tom. Verbürgt fehlendes Ohr. Bienenstiche. Der mürrische älterer Mann ist von meiner Anwesenheit nicht begeistert. Auf seinen Kleidung befindet sich Schnupftabak und auf seinen Händen sind Bienenstiche zu erkennen. Augenscheinlich bevorzugt er ein abgeschiedenes Leben, um sich in Ruhe um seine Bienen kümmern zu können und auch sichere Distanz zu seinen kriminellen Schirpen zu ziehen. Er versucht sein fehlendes Ohr zu verbergen und trägt außerdem Schiefinspektor Placido's Revolver. Bei den Bienenzüchtern muss es sich um keinen geringeren als den berüchtigten Bienenmeister handeln. Was wiederum bedeutet, dass Schiefinspektor Placido kein gutes Ende genommen haben kann. Er ist mit äußerst hoher Wahrscheinlichkeit tot. Der mürrische älterer Mann ist von meiner Anwesenheit nicht begeistert. Auf seinen Kleidung, Belar. Er versucht sein fehlendes Ohr zu verbergen. Belar. Bei dem Bienenzüchter handelt es sich um niemand anderes als Schiefinspektor Placido, der wohl mit dem furchterregenden Ruf des Bienenmeisters die Leute verleiten will. Und genau das wird es sein. Er will in Ruhe, stand darf es aber nicht. Das kann nicht zugelassen werden. Wieso ihm ein Ohr fehlt, das verstehe ich nicht. Schnupft, Tabak hat er wieder andere auch. Also wie im Ohr. Also im Büro. Seinen Revolver hat er mitgenommen aus guten Erinnerungen und zur Selbstverteidigung. Warum hat er sein Ohr in sein Büro gelassen? Und ich gehe auch nicht davon aus, dass er Profi ist in seinem Ding oder dass er das noch recht neu macht. Also nicht allzu lange. Ausgrund der vielen Bienenstiche. Ansonsten würde er es wahrscheinlich umwesentlich besser wissen, wie er damit umgeht. Der mullische ältere Mann, Lala Blaster, so. Okay. Chief Inspector Placido. And what makes you think that? Why, you're missing ear amongst other things. You need a larger hat. I've been investigating your last case on behalf of Sergeant Stark. Now I think I understand what happened to the Hivemaster. Humor me. Sie führen ein Doppelleben. Der Bienenmeister ist ihre Erfindung. Sie haben ihn getötet. Oh fuck, das ist jetzt eine gute Überlegung. Sie führen ein Doppelleben. Der Bienenmeister ist ihre Erfindung. Kann ich meinen Verlag öffnen? Nein. You invented him. An imaginary nemesis to whom you attributed real crimes. What? Why would anyone make up an imaginary... anyone? No. I killed this one. As simple as that. But why? Everyone deserves a trial. Wasn't my choice. He and his thugs attacked me when I went to arrest them. It was a kill-or-be-killed kind of situation. Turned out for the best, though. With his cronies dead, not a soul knows what the Hivemaster looks like. His own gang. Scared stiff of him. So you assumed his place to dismantle this criminal enterprise from within? Damn right I did. And after I'm done, I'm not planning to go back. I've had enough of this rotten nest of corruption. But it just won't leave me alone, will it? First, they dismissed my retirement requests, and now they send a sleuth after me. It's not like that. I'll tell you what it's like, son. This is not the first case you've worked on for Stark, huh? That amateur promoted to a sergeant for his merits? I don't think so. You're not an officer. But from what I can see, you are much brighter than the lot of them. So what's your stake in this? You some sort of consulting detective? Yes. I suppose you could call me that. My name is Sherlock Holmes. At your service. Then do me a service, Mr. Holmes. Drop this case and don't tell anyone you saw me here. Let me enjoy my retirement in peace. Eine Frage, warum Bienen? Ich denke übrigens bitte nach. Ich habe ihr Ohr. I, ähm... I have your ear. What the hell? Give it to me now. Alright, but let's make it a fair exchange, shall we? Ich tausche gegen Bienenstöcke. Ich tausche gegen ihren Revolver. Bienenstöcke wären interessant, weil John keine möchte. Revolver wären gut für den Fall, um zu sagen, dass er tot ist, weil die Revolver gefunden haben. Ich nehme die Bienenstöcke. I want a few beehives in return. I have space in my garden. Who knows? Perhaps someday I might try my hand at beekeeping too. Deal. Now go. Eine Frage, warum Bienen? I have to ask, why are you so fascinated with beekeeping? I just want a quiet life, away from the hassle and bustle. Watching the little workers like I once watched the criminal world of Cordona. Yes. It suits me just fine. I'll consider your request, sir. By the way, I must talk to Sergeant Stark. Tell him I died a hero. Or a coward. I don't care. As long as they leave me alone. Really? Sherry? Beeheives? How old are you? 130? Unbelievable. Ich wusste es. Ich wusste es. Ähm. Ich würde sagen, wir porten uns einmal hier runter, schnell reißen und gehen dann und das Möbelstück und gehen dann nach oben. Oh, schön hier an der Küste. Beziehungsweise am Hafen. Das sind aber reichen Booten. Oh, schade. Das wäre schön. So, muss ich denn hin hier? Ich muss nach links. Dort soll wohl der Möbelhändler sein. Leider, was ist hier ein Lach? Simply the best garments on the island. The finest clothes for the finest citizens. Zeig mal her, was du hast. Du hast aber heute. Wahrscheinlich eher, dass mit der Zeit einfach mehr freigeschaltet wird. Das ist ein Lachstück, das ist ein Lachstück. Garden statues, swings and even more. My goods will brighten up your house. Aha. David und Gol, ja, deine Statue, die für die Stärken kleiner Menschen ist man, äh, repräsentiert. Kauf einfach alles, würde ich sagen. Enjoy your purchase. Interessant. Nachher. So, dann würden wir sagen, gehen wir jetzt wieder zurück ins Polizeibüro. Nicht wahr? Hier längs. Ja. Jetzt ist die Frage, werden wir ihn verraten oder werden wir ihn in Ruhe lassen? Ich meine, er hat jahrelang ordentlich gedient. Eigentlich verdient er sich seinen Ruhestand, würde ich sagen. Bis dahin hat er einen großen Verbrecher hingerichtet. Das ist ein bisschen was anderes. Chief Inspector Placido ist tot The man deserves to be left alone Yes So Sherry, in welchem Fall werden wir nächstes lösen?